Am Anfang von einem Kampf sind die Schmerzen für mich noch immer sehr überraschend, aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht und da geht der Schmerz dann über in Angriffslust. Man ist zwar voll auf Adrenalin, man ist voll gepusht, aber trotzdem wird der Geist plötzlich ganz klar und du weißt, was du tun willst und was du tun musst und du tust einfach und das fällt alles in eins zusammen und ab dem Moment muss noch das klein bisschen Aggression dazu kommen und diese Aggression gepaart mit meiner geballten Fitness, mit meiner jetzt aufgebauten Kraft, das wird dann den Kampf entscheiden, weil dann bin ich der Kampf, dann bin ich drinnen, dann bin ich das Adrenalin, dann bin ich die Kraft, dann bin ich die Ausdauer und dann kann sich Andy Candy wieder in Zuckerlpapier verpacken. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020